Ja, herzlich willkommen bei uns auf SkyDefense & Co. Ich begrüße euch, ich bin Solli. Ja, wir sind immer noch bei Ratchet & Clank, Teil 2. Wir sind jetzt auf der Megacop-Waffenanlage auf Tadano, glaube ich, hieß das. Und wir schauen uns aber erstmal hier um. Hier ist unser Schiffchen, mit dem wir gelandet sind. Und los geht's. Okay, hier ist aber gar nichts. Oh, hallo. Was wollt ihr denn hier? Kommt mal her. Komm, 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 du weg. Geh weg. Du auch. Seid ihr aber hartnäckig. Okay, ihr seid sehr hartnäckig. So wie's aussieht. Geh weg. Du auch. So, jetzt haben wir alle, glaube ich. Hoffentlich. Jawohl. So. Oh, hallo, Küsten. Kommt mal her. Sehr schön. Du auch noch. So, fein. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will mal gucken. War hier nicht oben noch irgendwas? Ich... Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Alles klar. Sehr schön. Dann können wir weitergehen. Was ist eigentlich... Ah, 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 hier geblieben. Äh, kann ich die Karre... Raketen kaputt machen? Hm, ich weiß nicht. Das dauert bestimmt... Oh, die kann ich auch kaputt machen. Aber erstmal muss ich hier... Komm, geht... Ah, oh shit. Meen. So. Sind die jetzt alle weg? Nee, da hinten sind noch welche. Die muss ich alle wegmachen, bevor die Besucher kommen. Denn wenn die nämlich die Besucher fressen, dann kriege ich keinen Stilpunkt. Dann müssen jetzt alle da sein. Nee, hier sind doch keine mehr. Was schreckt ihr denn so? Also, ganz ruhig. Na, guck mir jetzt die Kissen. Waffen brauchen wir nicht. Wir haben noch keine benutzt. Munition. Okay. Hops. Wo geht hier? Oh, hier. Gönnen wir mal Gesundheit. Dankeschön. Jetzt nochmal. Sehr schön. Oh, ja. Eine Trophäe. Sehr schön. Das freut mich doch. Ja. Ich hab alle Besucher heilen. Die sind nach Hause gebracht. Gehen wir nochmal zurück und holen die anderen Lampen? Die gehen nochmal zurück. Das sind alles Boots. Ja, der richtig gestärkert hat. Das ist richtig geil. Ja, der richtig... Ja, den werden wir irgendwann kriegen. Ah, Praxikus fahren. Hahaha. So. Haben wir erledigt? Dann können wir weiter. So. Ich muss aber erstmal hier Lampen mal wegmachen. So. Ah, ja. Ein kleines Schlösslein. Nee. Hier ist nichts mehr. Okay. Ich muss warten. Wieso muss ich warten? Ach, die Besucher... Ich hab doch extra gesagt. Die Besucher müssen ja noch mitkommen. Nee, ich muss nicht mitkommen. Du musst in die Tür rein. Ja, ich will doch in die Tür rein. Nicht, das ist der Hörner, ist das eine Tür. Ja, hier muss ich doch erst nochmal aufmachen. Oh, Alter. So, nie wird so gespielt, sowas, ja? Da musst du rein. Genau deine Mitte. Hier muss das Wort hinterher. Okay. Äh. Oh. Okay. Nein, das ist mir schlecht. So. Jetzt darf ich aber das Schloss machen, ja? Ach, du meine Güte. Nein! Okay. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Himmel, Himmel, Herrgott. Oh, ich hab's geschafft. Oh, hallo, Vorschul. Dankeschön. Lift aktivieren. So. Oh, hier sind ja noch mehr Lampen. Krieg ich dich da hinten? Dich krieg ich auch. Cool. Ah, ich brauch den Schraubenschüssel. Ich brauch den Schraubenschüssel. Gib mir den Schraubenschüssel. Nein, ich brauch den nicht. Ich mag den Igitt nicht. Nein, ich will den Igitt nicht haben. Nein. Kein Igitt. Ich mag den Igitt nicht. Ah. So rum. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu weit springe. Dass ich drüber falle. Na, das wird ja hier dauern. Verdammt. Nein. Oh, ich... Hab ich nicht gerade was gesagt? Verdammt, ich eins in Zugenäht. Ah, ich bin ja hier oben. Gib mir die... Gib mir die doch so. Jetzt mach ich die nicht nochmal alle. Vergiss es. Na. Nein. Ich will doch bloß... Das... Und werf deine Rücken. So. Jetzt. Okay. Nein. Ich hau die jetzt nicht alle. Vergiss es. Äh. Ach, da geht's... Anlage wieder runter. Ah, alles klar. Okay. So. Zeig mir mal. Nein, ich will die nicht haben. Oh, die Siegit. Ja, der schreckt dich hier 15.000. Oh, ich will die nicht, die Siegit. Lava braucht man noch nicht. Was ist das denn? Du stehst ja, hast du gefechtet mit deinem Robo gehilfen. Okay. Okay. Okay, alles klar. Nein. Weg da. Tu mal. Ich brauch aber... Äh, was anderes. Mach ich doch. Nein. Warum schie... Ah, so trifft es von da aus nicht. Ja. 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 Ist erledigt. Okay. Runter kann ich ja. Ist hier irgendwas? So. Ja. Müssen wir auch rumgucken. So. Äh, da sind ja Minen. Das ist ja gemein. Oh, oh. Ah, von... Krieg ich nicht, ne? Krieg dich hier nicht durch. Verdammt. Okay. Ah, okay. Verdammt. Ich muss aber wissen, wo lang ich muss. Ah, da geht's... Da geht's auf jeden Fall nicht lang. Oh, ich hab's geschafft. Alles klar. Okay. Äh... Was nehm ich denn jetzt? Hier verbräuch ich einfach. Naja. So. Nee, diese Viecher sind noch nicht ganz weg. Ah, diese... Diese blöden Minen. Ja, was? Ja, ja. War ich da schon. So. Du bist schon mal erledigt. Ah, geh weg. Nein. Ich bin noch nicht erledigt. So. Ja. Ich hab's gerade... Na... Ey! Ach, diese blöden Minen. Da komm ich nicht hoch, ne? Ja, die blöden... Hier sind noch keine mehr. Habt ihr schon alle weg? Oh, ich komm doch hoch. Geht's denn hier lang? Äh... Nogst wo lang? Vielleicht komm ich da raus. Mal sehen. Ja, ja. So. Äh, warte mal. Ich muss jetzt da lang. Ah! Ach, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, haben wir... Wirklich hier nötig. Verdammt. Okay. So. Siehst du? So geht's auch. So. Ach! Also ist es wenigstens weg. So. Okay, dann müssen wir hier lang. Lift aktivieren, bitte. Danke. Ne, hier ist nix. Okay. Äh, was wollt ihr denn hier? Äh, welche nehme ich denn? Neh, ich den. Geh weg. Du bist schon erledigt. Naja. Nein. Geh weg. Hehehehehe. So. Und du bist auch erledigt. Nee, du bist nicht erledigt. Aber jetzt. Hehehe. Hehehe. So. Okay. Ja, kann ich gut kommen. Dankeschön. So. Da ist auch ein Sniper. Ja. Was ist denn die Sniper? Hier ist keine Sniper. Verfolgungspistole. Pistole. Verdammt. Ja, das war so ich. Komm mal her. Verdammt. So. Gibt es hier noch jemanden? Da gibt es auch jemanden. Komm. Verdammt. So. Da ist ja noch einer. Geh weg. Ja. Verdammt, ich habe gar keine Emotionen mehr. Da ist ja noch einer. Ja. Richtungstassen sind doof. Doch. Siehste. Dann bin ich ja erst recht getroffen. Geh weg hier. Geh weg. So. So. Hier ist ja noch einer. Was willst du hier? Sag mir, wie viele kommen die noch? Toll, ich habe keine Munition mehr. Super. Toll. Klasse. Ja, die wollte ich auch gerade holen. Ah, hier nicht noch einer? Nee. Okay. Da kommen ja so viele. Gibt es ja nicht irgendwann mal einen Schluss? Okay, ich hecke erst mal. Schieb die Scheiben da rein. Was? Welche Scheiben? Aber bis dahin komme ich nicht. Oh, ich komme doch bis dahin. Nein. Ah, geh weg. Ja, wusste ich doch. So. Waren das jetzt alle? Ah, sieht so aus. Hoffe ich doch zumindest. Ja. So. Dann werde ich aber erst mal eine Runde hecken. Bevor ich das vergesse. Okay. Na. Hallo. Stell dich mal richtig drauf. Jetzt. Hm. War verkehrt. Ah, auch nicht. Ah. Ah, toll. Toll. Nein. Sag mal. Nein, das war wieder verkehrt. Oh Mann, ich wollte... Nein. 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 Da lang wurde ich. Oh, nein. Wieso geht... Wo lang muss ich denn? Oh. Oh, nein. Oh, nein. Nein, es war wieder falsch. Oh, sag mal. Oh. Nein. Nein, es war wieder verkehrt. Da war es auch verkehrt. Oh. Oh, nein. Warum ist das denn? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Ich fahr jetzt in die andere Richtung. Oh. Oh, nein. Oh. Oh. Gott. Nein. Nein. Ich fahr... Oh, Mann. Das ist gar nicht so einfach hier. Nein. Warum ist das denn jetzt hier richtig? Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Oh, nein. Ich fahr da. Ah. Oh, Mann. Ich fahr da. Schloss, nicht? Oh. Möchtest du es mal probieren, Tinkerbell? Nein. Oh, verkehrt. Oh, ich glaube, das war fast. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber dann nicht bei sowas. Ja. Ah. Ich hab's geschafft. Oh. Was war das jetzt? Okay. So. Oh, okay. Ah, hier geht's hoch. Ah. Ah, ah. Hab was gefunden. Sehr schön. Okay. Okay, dann können wir ja jetzt weitergehen. Lieber mal umgucken. Kommt bestimmt gleich eine böse Überraschung. Ah, wusste ich's doch. Da hinten ist was. Oh. Ich hab so gut wie keine Munition mehr. So. Seid ihr erledigt? Nein, immer noch nicht. Ah, fast. So. Und? Jetzt? Ja? Oh, Mann. Hier kommen immer wieder welche. Wie gemein ist das denn? So. So. Wie viele kommen denn hier noch? Hier ist mal. So. Meine Güte. Ich hab halt keine Munition mehr hier. Ja, Munition geht alle. Super. Äh. Okay. Sind weg. Sehr schön. So. Erstmal alles schön einsammeln. Perfekt. So. Okay. Super. Okay. Ah. Hier ist eine Tür. Alles klar. Und dahinter ist bestimmt wieder eine schöne Überraschung. Oh, Mann. Ich hasse diese Dinger hier. Oh. Gleich beim ersten Mal geschafft. Wow. Oh, oh. Komm mal her. Komm mal rum. Na, komm. Oh, hi. So. Wow. Ja. Bin da schon dabei. Bin da schon dabei. So. Ja. Ich will mich ja mal erst mal umgucken. So. Okay. Und hoch mit dir. Will geht's runter? Nee, hoch. Haha. Ich bin gut. So. Hoffentlich überrasch... Gibt's vielleicht eine Überraschung, ne? Äh. Mh. Das. Oh, Speicherpunkt. Das ruft Ratchet auf Sicherheitsfrequenz 7 Echo Foxtrad. Hier, Ratchet. Äh, Angela? Ist das dein Name? Ratchet hat dich sonst ganz anders genannt. Ach, hat er das? Naja, ich will euch nur warnen. Die Halsabschneider haben mein fliegendes Labor gekapert. Aber arbeiten die Kerle nicht für dich? Nein, nicht mehr. Diesen Versagern hat wohl jemand mehr Geld geboten. Ich kann euch sagen, erst die Sache mit den Halsabschneidern, dann das Protopad, alles geht irgendwie... Was war das? Protopad? Oh, ja. Sie nennen es jetzt das Experiment. Hier, schaut mal. Oh, nein, nein. Billy ist traurig. Ist ihm kalt? Hat er Hunger? Oder ist er... Oh, nein! Na, dann, wett damit! Einsam. Nein! Das neue Megacorps Protopad. Unser bezaubernder Freund lässt ihre Kinder ausflippen. Lust auf Fußball? Hat das Protopad auch. Willst du Fangspiel? Los, such das Protopad. Wie wär's mit Räuber und Gendarm? Hilfe! Polizei! Protopad will auch. Fragt nur Billy. Das Megacorps Protopad. Holen Sie sich Ihres gratis auf Bouldern ab. Direkt bei Abercrombie Fizzwitchet. Der arme Billy. Willst du damit sagen, das Ding ist als Hauszieher gedacht? Die Megacorps will eine Killerbestie vermarkten. Das ist einfach unverantwortlich. Das hab ich doch die ganze Zeit versucht, euch zu sagen. Wenn dieses Monster verkauft wird, hat das furchtbare Folgen für die ganze Galaxie. Wir müssen mit Mr. Fizzwitchet sprechen. Ach, wenn ihr meint, dass er euch zuhört, versucht ihn auf Bouldern zu finden. Übertrage Koordinaten. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Okay, aber wir sind ja hier noch lange nicht fertig. Aber wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns ein andermal wieder. Tschüss sagt eure Zolli. Und vergesst das Liken nicht bitte. Tschüss. Tschüss.